Puhuhuh Okay Ähm Eindeutig Schwer Sehr schwer Ich spiel jetzt so lange, bis ich irgendeinen Roboboss besiegt habe Nein Nein Ich bruch Leben, gib mir Leben Danke, Leben Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott So viele Gegner, Sprite Limitation, oh mein Gott Oh mein Gott Hä? Was zur Hölle? Hä? Probieren wir doch noch mal eine andere Stage, wäre ich dafür Uhhh Mit wem fangen wir denn mal an, äh Mit wem machen wir weiter Na, Bubble Man Schauen wir mal was Wie krank dieses Stage wohl ist Okay Sieht gut aus Natürlich Ein Kaninchen So Oh ja Ein Wasserhase Entschuldigung für die Unterbrechung Meine Mutter ist Weinsverfällig angekommen Und hat mich gefragt, ob ich auf Toilette war Oh mein Gott Was hat der Habe geschossen? Stürb Na, das sieht einfach aus bis jetzt Bis auf Instant Death Spikes Oh mein Gott Oh Was geht ab? Nein Kacke Okay Bis jetzt bin ich noch nicht sehr gereizt Muss ich sagen Stürb Oh Vielleicht einfach durch Das Gefolgsert für diese Hasen zu töten Oh mein Gott Ich stirb Und hopp und hopp Stürb 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 Und weg Und weiter Jetzt kommt der Muschelhelm So diesmal aber Jawohl Und wie geht's weiter hier? Okay Me too Me too Me too Okay Hanse Die Welt scheint einfach zu sein Okay Bis jetzt noch nichts unverschämt schweres Aber Veröffentliche erwartet Oh mein Gott Ah Oh Energie Puh Der Clamp war knapp Was Was ist das für ein Me too Oh mein Gott Oh Wieso kommen diese Teile von überall Gib mir Danke Oh mein Gott Da 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 Geh weg Gib mir Energie Nein du sollst mir nicht anraben Du sollst mir Energie Danke Oh mein Gott Aua 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 Neuuu 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 Aua Scheiße Du hast keine Energie für mich? Nein, du hast keine Energie für mich. Oh mein Gott. Ah, Energie. Aber nicht viel. Energie? Nein. Was soll ich mit den Teilen? Ich hab nicht mal ne... Ich bin gleich tot. Ein Leben, okay. Danke. Fickt euch. Fickt euch einfach. Erneut. Wir haben so... Wir haben so viele Leben. Du grenzt dir an zu unendlich. An zu unendlich. An zu unendlich. Mitul. Nein! Grüße von Funkgeräa. Okay, nochmal. Erneut. Na, was? Cool, der Mitul ist runter... Nein! 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 So ein Trick. Lalalalalala... Aua! Spring runter Mitul. Ja, Suizid Mitul. Nein! Die Energie. Oh, Energie. Geh. Geh. Komm, Mitul. Ja. Komm, schieß einmal und stimm. Ja. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich bin drüben. Nein, Energie. Soll ich da jetzt bitte rüberkommen? Ich tschule, wach auf. Ich warte mal auf Energie. Nein, ich will dies nicht. Ich will das nicht. Ich will das auch nicht. Oh, was? Ich hab deine Scheiß-Droprate. Ja, genau. Ja, schön. Komm runter. Nein! Die Energie ist weg. Ey, ich bin doch genau in die Energie gesprungen. Was soll das? Komm, jetzt sterbe ich gleich wieder. Na toll. Ja, gib mir doch Energie. Wieso? Was soll das? Ist hier alles hoch? Nein. Wär auch zu schön gewesen, ne? Ach komm, ey. Das ist ein Scherz. Energie! Oh mein Gott. Ich brauch noch mehr. Zack, zack. Ja! Was soll das? Ja komm, und jetzt Suizid. Schön gemacht. Bleib hier stehen. Nein. Die ziehen aber auch ab, ey. Oh, glückhaft. Ich bin dem Boss nahe. Ich hab das Gefühl, ich bin dem Boss nahe. Aber ich glaub, nur ich hab dieses Gefühl. Ja. Eindeutig nur ich. Oh Gott. Schnell da runter. Was zur Hölle? Instant-Depth-Ball-Works. Energie-Tank. Hab ich schon sowas wie ein Rush-Coil? Nein. Nicht mal das... Fickt euch. What? Der Jump ist mies. Aber der Energy-Tank ist einfach zu kriegen. Okay. Ha! Der Jump ist noch viel mieser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Nein! Oh! Ist das eine Scheiße! Ähm... Ja. Hm. Wen probieren wir denn mal? Flashman! Ich bekämpfe Flashman! Oh mein Gott. Oh! Gemini-Welt-Design. Na toll. Ein Leben, das da oben ist, um mich einfach zu provozieren. Oh Gott. Komm, geh hoch. Stirb! Danke. Ähm... Was geht hier ab? Oh, hallo. Wir schießen in die andere Richtung. Das ist aber nicht sehr schlau. Ja, genau. Ah, perfekt getimed! Meine Güte! Was für ein Gefühl! Stürb! Ja, ein extra Leben! Ja, ein extra Leben!